Was für ein Stress! Alter, was für ein Stress! Oh, was ist jetzt? Ah, Wanderfuel! Oh, Mann! Immer Isaac hier, Isaac da! Was ist das für ein Ding? Ach so! Wir müssen da jetzt draufschießen oder was? Ja! Junge, wir machen den ja voll kaputt! Ja, Mann! Voll sinnlos! Ja, so ein Sterben ist jetzt noch nicht! Ah, besser! Dafür gibt es sie jetzt oft! Ich weiß nicht! Der Final Countdown! Alter Scheiße! Jetzt geht es aber ab hier! Bei mir bist du voll durch die Wand da geflogen, ey! Er hat gescheit! Sie müssen Gott sei Dank, Isaac! Okay, dann bereiten wir die Dockingwucht mal auf der Shuttle vor! Die haben da ne Weihnachtsfeier oder was? Was sind das denn für Wechsel? Ja, du hast uns zur Flucht verhelfen! Toll! Und dich selbst? Ja! Wohin denn jetzt? Da! Ja, da nach vorne! Aber vielleicht liegen hier irgendwo Sachen zum Einsammeln! Lass mich jetzt zu großem Absuchen! Drücke Y, um den Boden auszurichten! Ach so! Aha! Ist ja cool! Wenn du dich mal so voll verdreht hast! Ja, Mann! So wie du letztes Mal! Das hört sich cool an! Wenn man die Dinge abschießt! Ist hier Sauerstoff? Ah, da unten rein! Ouch! Wo ist denn mal hier? Ach da! Alles klar! Äh, wohin hier? Da hoch nehm ich an! Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile! Der Backbordantrieb fehlt! In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack! Könnte ein Shuttle sein! Das sollten wir uns mal ansehen! Wie landet man nochmal? Weiß ich auch nicht! Mit alt! Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen! Und jetzt Bewegung! Okay, hier ist Sauerstoff! Ey, hier waren wir doch schonmal! Hier ist unser Schiff! Okay, hier geht's glaub ich rein! Hä? Sollen die selber die Ersatzteile suchen, Mann? Was ist das hier? Wir sind das Dienstmädchen für alle so! Na warten! Voll der Scheiß! Was sagt deine Uhr? Oder hast du keine diesmal? Ähm, dreiviertel Stunde! Okay! Kommen wir irgendwie länger? Ja, aber wir auch! Ah, die Anzugstation! Aber ich brauche keinen... Aber vielleicht kann ich den upgraden, warte mal! Vielleicht kann ich den verbessern! Äh, Luft brauche ich nicht! Was ist das? Panzerung? Ja, Mann! Gib her, alles was du hast! Trefferpunkte! Kann ich nicht! Staser! So! Nachladen! Nachladen! So! Hm... Upgrade deine Gesundheitspanzerung-Sauerstoffanzeuge! Upgrade deine Stasi-Energie, die Dauer und die Aufladezeit! Aha! Trefferpunkte auf jeden Fall! Einmal! Panzerung? Joa! Luft? Joa, warum nicht? So! So! Energie! Was für eine Energie? Stase-Energie! Joa, da hätte ich gerne mehr! Aber es kostet voll viel Wolfram! So! Was ist das? Upgrade den Schaden und die... und die Reichweite deines Chinesemodules! Das macht auch Schaden? Ja, aber du kannst ja spitze Gegenstände und so aufheben und die auf Gegner ballern! Aha! Nur habe ich kein Interesse daran! Das ist voll nützlich! Vor allem wenn du mal keine Muni hast oder so! Kann dir echt den Arsch retten! Hier, wenn man auch schwer spielt, dann findet man ja weniger Munition und alles, ne? Die Gegner halten mehr aus! Das ist doch schon wichtig! Falls du das mal vorhast! Ich glaube nicht! Ich glaube auch nicht, dass du das machst! Ja, aber mir sieht das grad cool aus, wie ich so meine Kamera gerade habe! Dass die Lichter von meinem Helm so voll in die Kamera... äh, strahlend alles rot wird! Wenn du irgendwo Munition entdeckst, sag mir Bescheid! Hier ist ne Kiste, da hast du oft Muni drin! Ja, aber du findest ja manchmal andere Sachen! Ja, aber du findest ja manchmal andere Sachen! Hier ist noch was oben! Oh! Und da war was drinne! Oh! Und da war was drinne! Oh! Ich bin nicht! Dann eben nicht, Jung! Ich bin nicht mehr für das tun! Im Film von mir anders! Ich bin nicht mehr für das Ding! Und da bist du auch für den Kuss! Und dann bist du auch für den Kuss! Ich bin mal für den Kuss! Und ich bin ein Kuss! Ich bin nicht mehr für den Kuss! Achso... Hier geht's ja rein. Wo geht's rein? Naja. Warum bist du hier runter, Junge? Naja, stimmt. Achso, es geht ja. Achso. Ne, guck, hier ist der Dings Fahrstuhl. Aber wir müssen nochmal hoch. Jo. Anscheinend war diese Memo so wichtig, dass wir sie... ...hören mussten. Oh, ich hätte echt gerne mal ein bisschen mehr Munition. Schlägerei! Also meine hat mir bis jetzt immer gereicht. Obwohl ich im Inventar immer nur so ein, zwei Dinge Munition habe. Meine ist komplett leer. Aber du ballerst doch immer so drauf, ey. Ist die tot? Ja, der schreit gleich los, oder? Leute, hier waren wir schon, glaube ich. Deshalb ist sie noch down. Oh, zu sicher! Verriegelt. Ne, hä? Er zeigt schon wieder den... ...den ganzen Zier an. Fahrstuhl? Wo müssen wir denn hin? Aber warte, hier geht's auch noch lang. Warte, da ist so ein Dings. Äh. Ne, aber wir müssen echt Richtung Fahrstuhl. Ja, war Muni drunter. Ja, Mann. Ne, da war so Mat-Gel. Geel. Ja, wieso kommt der jetzt nicht? Kann man hier was aussuchen, wo man hin will? Ja, kann man. So, Alter. Da waren wir gerade. Hättest du mir vorher sagen müssen. Wie findest du mein Gewehr? Hm, ach so, jo. Gar nicht drauf geachtet. Was hast du denn jetzt Neues gefunden? Aufsatz, oder wie? Keine Ahnung. Ich konnte das Ding einfach zusammenbauen. Ey, willst du nicht wieder rein? Ja, dann, nach unten. Wir müssen nach unten. Jo. Leg dich mal so mit nem Mutanten an. Mutanten? So. Jetzt sind wir wieder hier. Aber wir müssen auch hier lang. Naja, aber dann sind wir doch wieder draußen, oder nicht? Oder wir mussten von Anfang an gar nicht hier rein. Lol. Das ist echt lol. Voll bescheuert. Aber wo geht's denn dann hin? Wir haben voll keinen Plan, Leute. Wir müssen in unser Schiffchen rein. Echt? Die ganze Zeit. Wir sind so blöd. Die Leute packen sich so an den Kopf, so, alter, was ist man? Die latscht einfach da rum, wo sie schon waren. So, und wohin fliegen wir jetzt mit dem Schiffchen? Das tut mir die nächste gute Frage. So'n Scheiß. Ah, da, wo die Pfeile hinzeigen. Achso. Dahin. Greely. CMS Greely. Genau. Dahin wollen wir. Ja, ja. Reisen. Nee. Genau. Schade, dass hier nicht so ne dämliche Fahrstuhlmusik jetzt kommt. Nee, jetzt kommt abenteuerliche Musik. Und es ist noch bescheuerter, für uns dastehen zu lassen. Wir haben's echt nicht drauf. Vielleicht tun wir auch nur so, um die Spielzeit zu strecken. Ja, Mann. Wir können uns sonst kein anderes Game leisten, deswegen wollen wir das so lang wie möglich let's playen. Jo, verlassen. Jo. Ich mach erstmal noch ein kurzer. Müssen wir hier auch hin, ich guck nochmal. Jo. Kapitel 7. Chaos. CMS Greely. Stand das jetzt bei dir? Ja. Wo ist unser Raumschiffchen? Wer redet denn hier? Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Keine Ahnung. Wupp. Alter. Okay, ich soll irgendwo die Chinese Ding jetzt nutzen, aber wo? Ach so. So, und jetzt? Kann man da rein oder was? Nee. Was wollen wir denn in so'n kleinen Scheiß? Hä? Ach so, da. Boah. 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 Boah, das ganze Dingel rausgenommen. Ach, der Antrieb. Ja klar, ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fester einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Wo bist du eigentlich? Arschloch. Ja. Bist du mein Schatten auf dem Ding? Okay, Leute, ich hab den Antrieb. Ah. Alter, guck mal. Wir sind komplett falsch rum. Andersrum, oder? Wo bist du denn eigentlich? Da. Aber hier ist so ne Leiche. Ich dachte, du wärst diese Leiche da. Ja, ich dachte, ich auch erst, dass du das da bist. Loll, ey. Ich brauch mal ein bisschen Sauerstoff. Ist jetzt hier uncool. Ich geh, glaub ich, bald drauf. Was machen wir jetzt? Da lang. Das hier. Müsst wir das jetzt mitnehmen, oder was? Nee. Ich glaub, das nehmen die unterwegs mit. Hä? Ähm, wozu bin ich denn da hingegangen? Ja, um es rauszuholen. Ja, als ob die das nicht auch können. Nee, die haben sich so gedacht, alter, wir haben doch schon unsere... Bitch für alles. Bitch, please. Von daher... Wayne. Ja, hab ein bisschen Sauerstoff gefunden. Yeah. Ach, ich bin ja die ganze Zeit hier so komplett verkehrt. Ja, drück einfach Y einmal. Oder so. Ich setz mich schon mal rein. Einsteigen, bitte. Wie siehst du aus? Ist das auch schon drin? Jo, ich bin jetzt drin. Jo, und jetzt? Jetzt einen weiter links. Genau. Roanoke? Roanoke? Jo. Kennst du eigentlich Prinzessin Mononoke? Den Anime-Film? Ja. Sag mir was, aber ich hab den, glaub ich, nicht gesehen. Der, der, der zählt ja... Der ist in vielen Top-100-Listen aller Filme dabei. Soll anscheinend ein geiler Film sein. Ich hab den, glaub ich, auch schon mal gesehen, aber nicht... Ich glaub ich, ja, der lief auch schon oft im Fernsehen und so, ne? Also, der ist echt voll berühmt. Ist doch von dem berühmtesten Anime-Film-Studio, was aber nicht mehr gibt. Super-Ritchie, komm zu dich, gefliegt. Wie ging das nochmal? Super-Ritchie, komm zu dich, gefliegt. Yeaaah! Okay, bei diesem Toileten muss ich irgendwas tun. Warte, pass auf! Wow. Ah, wir müssen Teile sammeln. Okay, mal sehen, was ich finden kann. Ja? Hast du das jetzt gefunden, oder ich? Keiner anscheinend. Ja, aber ich hab hier was irgendwie gemacht, und dann... Also, mein Ziel zeigt hier hin. Ja, meins auch, aber ich hab das hier schon genommen. Aha, Fail. Großer Fail. Äh... Na egal, suchen wir mal nach anderen Dingern. Suchen, im All. Ja, das kann anstrengend werden, oder? Ah, ich glaub ich seh sogar eins. Wo? Oder? Oder ist das... Ne, das ist unser Stift, glaub ich. Aber egal, immer Sauerstoff. Ah, was war das denn? Ich wurde beschossen. Hier sind Viecher. Oh, komm vor. Noch mehr. Da sind Minen bei dir. Du bist toooot. Alter. Junge. Und die machen auch noch Geräusche. Vor allem, die ziehen die anscheinend an, ne? Das ist scheiß Minen. Ja, kann sein. Ach, Mann. Guck mal, der leuchtet so grün. Das heißt, wir müssen nach grün leuchtenden Satelliten Ausschau halten, oder was? Ja, das kann gut sein. Oh, Mann. In der Roanoke? Wir müssen in die Roanoke rein. Ne, ich seh hier noch so'n Ding. Da hinten. Ja, Mann. Kack Vieh, stirb. Pass auf, da kommt jede Menge Minen zu dir. Ist aber uncool. Okay, was haben wir? So, wo ist hier noch so'n Ding? Da, ich seh einen. Ich seh einen. Bleib am Leben. Ja, ja. Bleib am Leben, klar. Ja, na klar, Mann. Was denn sonst? Wo siehst du denn einen? Okay. Ich bin auf dem Rückweg. Wir haben hier alles, glaub ich. Da zum Ziel. Was ist das? So, Sauerstoff. Teile gefunden. Alle Objekte gefunden. Setzen sie. Achso. Hä? Wie komm ich denn da hin? Wo ist denn das hier? Achso. Hier im Schiff irgendwo? Müssen wir jetzt rein, oder was? Ja, anscheinend. Boah, Alter. Das ist alles so verdreht hier. Hier, ich glaub ich hab den Eingang gefunden. Äh. Oder? Ah ja, doch, da. Okay, Moment. Ja, Mann, hier. Hier sagt ihr wahrscheinlich auch nicht viel. Ja, doch. Ich seh dich. Ich finde dich. Ich bin auf dem Weg. Es gibt doch mal Gas. Kaaba oder wie du heißt. Kaaba oder wie du heißt. Keine Ahnung. Kaaba? Kaaba. Kaaba. Wie komm ich denn da hin, Alter? Warte mal. Das ist hier so ein runder Eingang. Direkt daneben ist eine Sauerstoffflasche. Die ich vielleicht mal einsammeln sollte. Oh, hier kommen jetzt Viecher raus. Ich hör dich. Wie du rumschießt. Wann du da? Hallo? Ja, ich seh dich. Alles klar. Hallöchen. So, schnell zu. So. Joa. Jaco. Dann würde ich sagen... Näh. Wie näh? Lost. All is lost. Äh, dann würde ich sagen... Wer hätten wir das hier? Alter, du bist ja krass. Na gut. Gut, Leute, dann vielen Dank. Hier beim verpeilten... Das war ja gerade ich verpeilt, oder? Diese Stunde hier. Macht hier nichts. Am Ende sind wir... wenigstens nicht da, wo wir angefangen haben. Ja. Ja, Mann. Das ist schon mal was. Ja. Ähm. Mein Endbild ist gerade auch geil. Ich stehe hinter diesem... All is lost. Und gucke mit so roten Augen in die Kamera. So. Äh, ich hab alle umgebracht. Achso. So in die Kamera. Ja, Mann. Das sieht so lustig aus. Oh, Mann. Ja, egal. Dann, Leute. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.